auch ja während ich schon mal ein kurschiffen unterklappen zu einer dieses neuen oder ist es die erste Folge ich schweißen nicht mehr auf jeden Fall um Willkommen um auf dem Wiener waren wir lange nicht mehr und Prozent jahre jetzt muss ich erst mal wo es ist ja durchschnittlich Schuss nur so schiefen eine Karte wie alt die Ficke ich bin noch etwas leicht kränklich entschuldigt bitte wenn ich hier ab und zu mal husten werde das ist ganz einfach weil boah ffp ist das ist aber ich hab schon gehört dass man mehrere mit dem Schnee was ist das meine? Hä? wo ist mein... ich hab doch nen Tampo das weiß ich jetzt erstmal also ähm ne Moment wie war das? 1 war das genau fahrzeuge äh 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 ich bin geworben werden bla bla äh äh verdammt hab ich kein Auto mehr? äh kaki gibt's das? ähm ne das ist nett hm ja ich bin mal wieder hier äh ohne irgendwie leicht vorzubereiten in die Dings rein in die Aufnahme äh hab mir so gesagt auch komm nimmst du einfach grad mal was aus und äh was auf und ja eigentlich bräuchte ich ja Dings ähm na äh was wollen was wollen äh das wollen ach so der gehört mir nicht äh scheiße wo ist mein Auto? Moment da ich glaub mir jetzt hier mal ich glaub mir jetzt hier mal ich leide hier hier mein Böller deren hebeige Sounds laut ohne um das nicht so so äh Radio muss ich erstmal aus so so ja so 10% muss reichen und äh ich hoffe mal ich find jetzt irgendwo mein Auto wieder geprägt da und das istね hm 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 Entschuldigung, muss ziemlich kurz muten. Ich bin einfach in eine Aufnahme rein, habe mir so gedacht, oh komm. Wir haben Dienstag. Kannst man, wir haben Montag, kannst man machen. Kannst man auch aufnehmen. Ich denke mir gerade so ein bisschen... Erstens. Ach, ich glaube, ich weiß, wo mein Auto ist. Wie kann es eigentlich, dass ich überhaupt am Noob spawns bohren? Wir haben uns doch in einem Haus eingemietet, das weiß ich noch. Oder ich habe mich in einem Haus eingemietet. Stand hier, nennt man mein Auto? Doch, da steht es. Ah, mein Auto. Halleluja, ich habe es. Oh, geil. Ach so, ja. Von Dings gewöhnen. Von, ähm. Na. Ach, wie heißt das? Ähm. Ach, Mann. Fällt mir gerade nicht ein, wie das heißt. Ach ja, Nemesis Roleplay bin ich das gerade zu sehr gewöhnt. Ich mache mal MTA-Lautstärke auch mal so auf... ...10. ...10. Was, wie war das? Break? Stimmt das? Statt irgendwas. Ich muss nochmal raus... ...und wieder rein. Handbremse gelöst, ok Hallo? Startest du? Oh, ich starte doch noch. So, jetzt erstmal gucken, entweder dass wir umparken oder dass ich mich wieder in dieses Haus hier einmiete, probier's grad mal, ja ok, die paar Meter hätte ich auch laufen können, aber, slash rent, slash, unrent, slash, rent, ok, und wie kann ich jetzt spawn change nicht machen oder so. Äh, on change, ne? Na man, ich hatte die Hand auf, äh, da Hand, genau, nein, ich hatte die Hand auf den Mute-Knopf, aber hab's nicht gemacht. Ach, was weiß ich warum. Äh, bei Haus? Nein. Nein, nein, nein. Äh, wo kann man das denn ändern? China, nee, Klicksystem, nee, das ist klar, Account, nee, Probleme, nö. Ich hoffe, ich sponder jetzt einfach drin. Oh, schade. Doch, das geht. Na warte, jetzt so einfach. Nö. Was? Die Einnahmen wurden auf dein Konto überwiesen. 357, oder wie seh ich das? Tatsache. Äh, ok. Fahrzeugsteuer 100, ja, geht klar. Na ja, mal gucken. Entschuldigung, wenn ich die ganze Zeit ans Mikro komme, aber mir läuft die Nase wie sonst was, ey. Das ist im Moment unerträglich. Ja, äh, ich hätte, das ist mir grad mal so, äh, ich hab jetzt, äh, so die letzten Tage und halt nur Videos geguckt, ja, nicht selbst gemacht, ähm, wisst ihr ja. Ähm, ich guck ja im Moment fast nur Videos, weil ich ja kaum Zeit hab. Ähm, ja, ich hätte da so, äh, da kam ich so auf den Gedanken, äh, ich könnte, äh, mal Dings machen. Ähm, ich könnte ja eigentlich mal, äh, so selbst Fahrzeug, äh, Fahrzeuge für irgendein GTA Teil modden. Also San Andreas, äh, boah, was gibt's denn sonst noch, ähm, ja, also, halt die Sachen, ja, könnte ich ja eigentlich machen. Aber, ob ich, äh, äh, also, ich muss das erstmal hinkriegen. Und, ähm, da hätte ich jetzt dann so die Frage, sollte ich das machen? Weil ich mein, mir wäre das egal, ja, also, im Notfall mach ich das auch noch so zum Fun. Ach, du kacke, wo muss ich denn hin? Ach, du scheiße, nach da ohne. Wie komm ich denn da noch mal hin? Äh, okay, nicht in den Tunnel fahren. Meinst du Sommer? Nein, ich mach nix. Äh, äh, ja. Ähm, was gibt's denn so, äh, ja, ähm, wollt, äh, würdet ihr sowas sehen wollen? Ähm, äh, ist jetzt die Frage. Wie ich, äh, wenn ich zum Beispiel jetzt für San Andreas, äh, Auto modde? Wollt, äh, würdet ihr euch das dann auch, äh, downloaden halten? Ja, aber nur, wenn's in Qualität gut ist. Also jetzt, äh, grottenschlecht, ähm, download zu euch, ist das, äh, was halt von mir ist. Nein, also, äh, oder würdet ihr euch gerne so Mod-Vorstellungsvideos bei mir angucken? Boah, Alter, direkt mal 10 FPS mehr, wenn, äh, wenn ich, äh, ohne diese Schneeflocken, äh, Schneeflocken bin. Ja. Und wieder 10. Oh, ne. Und jetzt sogar bin ich auf 8. Von 25 auf 8 runter. Das ist auch mal ne Leistung. Also, nice. Ähm, jetzt muss ich gucken, dass ich hier... Ich hab mir das Gefühl, ja, ich bin irgendwo falsch. Ich muss nämlich jetzt wieder rückwärts fahren, super. Einmal wenden, bitte. Und das sogar in zwei Zügen. Tja, ich kann zwar nicht. Nein, ähm, what the fuck, genau. Nein, das guck ich jetzt nicht, was das war. Ähm, ja, also... Boah, direkt mal auf 31... 31 FPS und... Jetzt fall ich wieder auf 17. Super. Ähm, also... Würdet ihr euch so nen Kack auch noch ansehen? Beziehungsweise antun. Wenn ich jetzt, äh, so ein Auto vorstelle, oder... Geht natürlich auch bei GTA 4. Also... Ich hab irgendwie, äh... Ich mein, klar, ich könnte mir locker Mod-Tutorial angucken. Wie man sowas macht. Da, also... Da hätte ich jetzt wirklich nicht so die Probleme dafür. Also damit. Weil... Das wäre... Also sehr easy für mich. Ich... Will jetzt auch nur wirklich diese eine Tour mit euch machen. Das heißt, äh... Das ist eine Aufnahme komplett. Weil... Ich glaub, ich hab so, ähm... Ja... Ich hab eher noch so vor, ein anderes Spiel aufzunehmen. Für... Jetzt erstmal. Natürlich. Und, äh... Ich muss mir ja auch noch ne... Kleine Story für mein neues Projekt... Überlegen. Weil... Ich hab heute was gesehen. Das geht mir nicht bei dem Spiel. Da könnt ihr euch schön überraschen lassen. Aber jetzt schon die World nochmal komplett resetten halt. Also, äh... Die... Game World. Und nochmal danach. Gucken, wie das, äh... Und nochmal das ohne Probleme macht. Werden mal sehen. Ja, ähm... Wenn wir dann wieder zurückgespawnt sind, äh... Beziehungsweise sollte ich das dann wieder vergessen. Äh... Wünsch ich euch schon mal... Alles gut für diesen... Für den Rest der Woche. Weil das kommt ja schon montags. Und... Ich weiß. Für... Also für alle, wo jetzt in meinem Bundesland leben. Leute. Haltet durch. Wir haben... Wir haben nicht mehr lang. Bald sind... Also bald kommen wieder die Feiertage. Bald kommt der März. Ne Mai. Mehr zwar auch noch irgendwie... Irgendwas. Ferien oder so. Was weiß ich. Aber jo. So. Fenster schließen. Und, äh... Dann würde ich mal sagen, äh... Ich bedanke mich recht herzlich fürs zu sehen. Und, äh... Ja. Bis zum nächsten Mal. Und... Schreibt in die Kommentare, ob ihr sowas sehen wollt mit dem Dings. Äh... Mit so, äh... Mod-Videos. Also Mod-Vorstellungs-Videos. Natürlich auf, äh... GTA-Servern. Also, das ist klar. Wie gesagt. Also... Schreibt es in die Kommentare und... Dann bin ich raus. Ciao. Ciao.